Yo Freunde der Vergeektenuars und Lobbys, seid gegrüßt, heute hier ein gediegendes Ründchen in Season 4, angetestet mit ein paar Kollegen und ein bisschen was zusammengeschnitten hier, dummes Gelaber, ein paar Fails, ein bisschen Rage, der obligatorische Solo-Win, sind noch ein paar Ausschnitte von Season 3 mit dabei, ich hoffe es ist nicht so schlimm, und ja, an alle Racing-Freunde, auf FightersPlace, DDI Upload, Gran Turismo, wer Bock hat, kann einfach reinschauen, und genug gelabert, ab geht's, let's go. Oh, Muni hab ich gar nicht, hab einer ein bisschen Sniper-Moon, das wär geil, Kuss geht auf deine wunderschöne cremige Eichel, weiter links, da oben, ab in Nock, stimmt, Team Vibe, endlich mal ein kompetentes Team hier, sind alle schön dicht zusammen, alles ist toll, alle in einer Reihe, damit es dann wieder ein kollektives Erfausen ist, da ist einer gelandet, ich versuch die irgendwie zu hinterlaufen, falls ich hier hochkomme, Aben, der andere Schieb weg, K.O., den rausgenommen, Digger. Boah, ne, ich werd nicht sagen, aber wir müssen langsam los. Hier, der ist ja nicht bei mir. Feiligverschuss! Aben. Ich seh keinen, ich seh keinen. Ich geh zu Colts, ne, ne? Ja, du hast ihn, Uwe. Ja, alles gut, er pusht dich nicht, alles gut. Der Gas kommt! Ach, Digger, wie kann er dies? Ach, Digger, wie kann er dies? Oh, Uwe, Maschine, agga! Digger, ist so schlecht meiner im Gulag und ich verliere, ich verliere gegen diesen Hurensohn. Einer, einer K.O. Oh, das hinter uns nicht einer kommt. Sind wir uns ja hinter uns? Das sind wir in die Garage gehen. Das sind wir in die Garage gehen. Das sind wir in die Garage gehen. Ich fände schon. Ach, die Garage gehen wieder? Kommt, oh ja, ich komme zu euch. Die Zone kommt zu uns. Oh, die Zone kommt zu uns. Was? Was? Wir sind unter dem Besten. Oder? Was? Wir sind alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. Alter, das ist ein Leg. Wir sind gegen einen im anderen. Wir haben neben gewonnen. Wo? Hier, direkt unter dir! Zauber! Ich hab dich! Shit! Man wird nur geshittet! Dein Teammitglied! Hab's ja. Und drauf welche. Ziel ausgeschaltet! Erst. Erst. Oh mein Gott. Scheiß auf das. Irgendwie scheiß auf Snapper zu halten. Wo, wo, wo? Joa. Spielst du schnelles Magazin in Ursa? Auf der Waffe? Nö. 100 Schuss rechnen. Hat hier so'n Satelliten-Ding gemacht, und hat direkt ein Orville bekommen. Hey, was war drei Leute gekillt, weil ich wusste, wo die sind alle. Lecherlich. Einschlag! Keiner worden! Feindliche Drohne über uns! Wo? Ja, wohl! Über ind! Puh! F*** F*** Hat die noch unter Platten? Ja Einer Finisht Kappel Kinder Schon ein arbeitpartner Ja Aber ich hab den Kills trotzdem gekriegt Hier kommt noch einer Wo sind die denn? Hab ein, hab ein, hab ein Schossen Du hast es geschafft und ich Ja, neues Glodi geholt, ey Was zum Kotzen, halt Ja, ich werde dafür einfach rauszugehen, neu zu starten, dass das wieder dieses Ding gibt Mal ne, ich steppe dann lieber Na, dann sterb Ja, den Downloader, dann müssen wir jemanden wiederbeleben Und dann ist das irgendwie, keine Ahnung Fühle ich jetzt nicht mehr Leider Ja, K, ist auch so schmutz, ne? Hol ihn raus, nimm ihn raus, ja, ja, oh Was macht der denn da? Was macht der denn da? Oh, ne Schuss Oh Nein, hast du dich gewacht Hast du dich gewacht? Oh Ja, ich werde jetzt wieder so geschittet, ey, ist das so mächerlich Ja, genau Ja, genau Lächerlich Das war ein harter Kampf Lächerlich Ach, ja, geht Ja, geht Ich werde jetzt wieder nicht, alter Was? Was? Ey Ist das lächerlich Du bist Das nähert sich dir! Feindlicher Präzisionsluftschlag in Deckung! Das Gas verbreitet sich! Das Gas breitet sich aus! Bits! Cha-ching!